Am 20. März veröffentlichten zwei französische Soziologen Anne Muxel und Olivier Gallon vom französischen Wissenschaftszentrum CNRS eine Studie. Für diese hatten sie fast 7000 Jugendliche im Alter zwischen 14 und 16 Jahren in 21 französischen Bildungseinrichtungen nach ihrem Verhältnis zwischen Religion und Gesellschaft befragt. Das Ergebnis ist für die, die die Wirklichkeit nicht verdrängen, keineswegs überraschend. Es belegt die gravierenden Probleme, auf die kritische Geister schon lange hinweisen. Muslimische Jugendliche tendieren zu großen Teilen und weit häufiger als nicht-muslimische Jugendliche zu einem religiös-fundamentalistischen Weltbild. Etwa ein Drittel der muslimischen Jugendlichen sieht Gewalt als ein legitimes Mittel an. Die politische Brisanz liegt aber nicht allein in dieser hohen Gewaltaffinität, sondern vor allem auch in den Gründen für diese. Es ist die islamische Erziehung in den Familien, die die Jungen zu potenziellen Gewalttätern macht. Es ist nicht die vielbeschworene und von der Mehrheitsgesellschaft angeblich verschuldete Frustration der jungen Leute wegen Diskriminierung, Rassismus oder Bildungs- und Chancenungleichheit. Die Gewaltbereitschaft hat etwas mit dem Islam zu tun. Das hat die Studie klar ergeben. Die vollständigen Ergebnisse werden, man ist geneigt zu sagen natürlich, erst nach den Präsidentschaftswahlen in Frankreich veröffentlicht, weil sonst das Thema Islam im Wahlkampf noch brisanter werden würde. Das will man nicht. Wir Bürger dürfen uns nicht länger durch politische Sonntagsreden inszenierte Islamkonferenzen und vorgeschobene Erklärungen für noch so schlimme Gewalttaten blenden lassen. Wir müssen der Wahrheit ins Auge sehen. Europa hat ein ernstes Problem und das wird durch Wegschauen nicht verschwinden. Es wird größer. Das Problem hat einen Namen und es hat mit dem Islam zu tun.